Willkommen zu einem Mann. Hey! Wolke! City-Build-Aufkomme. Es ist schon... Warum? Ja, ich weiß nicht. Und ich hab meine Tasten da falsch. Was ist das denn hier? Ja. Ich dachte, meine Tasten wären immer richtig, aber nein, sind sie nicht. Sie sind auch wieder verstellt. Schade eigentlich. So, warum ist eigentlich immer nach, wenn wir hier aufnehmen, hä? Da ist der Mond. Es ist mal dunkel hier. Ein sehr hässlicher Mond. Es ist ein Halbmond. Es sieht aus wie ein... Ja, der ist ein Halbmond. Aufzug. Ein Halbmond. Nein, wir haben... Aufzug der Hochwärter. Nein, wir haben ja jetzt letztes Mal... Ich weiß nicht, was wir in der Folge noch gesagt haben oder danach. Wir haben hier überlegt, dass wir hier so eine kleine Brücke bauen. Was, noch ein bisschen Glasholz? Ich find Glasholz mäßig cool. Ich dachte eigentlich, wir haben so eine schöne Steinbogenbrücke, aber okay. So eine Ritterbrücke. Dann Steinglasbrücke. Ja, wie auch immer. Dann Steinglas... Also eine Bogenbrücke, die hier... Also so, dass man ein bisschen so auf dem Boden gucken kann, so Glas... Oder so das Geländer mäßig... Hui... Glas mäßig ist... Keine Ahnung. Ja, das kann man ja machen. So eine kleine Brücke haben. Das war hier so ein bisschen, dass wir so eine Burg oder so eine Fort auffrisieren. Also mit so ein bisschen Mauern, so ein bisschen Gedönse. Hier das nochmal ein bisschen tiefer legen und dann hier so einen kleinen Hügel hinbasteln. Der dann sich hier so ein bisschen in die Richtung abfransen tut. Wo dann mein toller japanischer Garten dran kommt, den ich unbedingt haben will, weil ich das total geil aussehen finde. Gerade so ein Zuckerrohr. Ich meine, Zuckerrohr ist schon... Wenn der es hin kriegt. Also Zuckerrohr ist schon sneak, ne? Also... Ja, Problem ist nur, da muss das Ganze noch ein bisschen tiefer gelegt werden hier, weil sonst ist dieser Brückenberg nicht hoch genug. Wie? Ja, wenn man jetzt das hier so bauen, dann hast du jetzt, wenn du jetzt hier stehst und dann hier die Brücke ansitzt, dann hast du zwischen Kopf und Brücke zwei Blöcke. Das ist nicht hoch. Das heißt, ich würde dann hingehen und würde dann sagen, das wird dann hier nochmal so ein bisschen weggefräst, so, ne? Dass das Ganze so ein bisschen tiefer noch geht. Oh, und da hast du dir so viel Mühe gegeben, das so mit rotem Sand zu machen. Warum? Du hast dir ja Mühe gegeben, das mit rotem Sand zu machen. Ja, ich weiß. Ich wollte ja erst rotes Gras sagen, aber Gras ist es ja nicht. Ja, fast. Ähm, nee. Okay, es ist tatsächlich Sand. Rotes Gras wäre auch toll. Ich weiß, was die noch machen, ne? Wobei doch, rotes Gras gibt es demnächst. Echt? Ja, wenn der neue... So herzmäßig, wie es ist? Jein, also es ist nicht direkt so. Oder es ist Sommer, strahlende Hitze, alles verbrennt. Es ist nicht direkt Gras. In dem herkömmlichen Sinne, von wegen es fext auf der Oberwelt. Es gibt ja demnächst ein neues Minecraft-Update mit dem Nether. Und da gibt es dann ja auch andere Biome, die es jetzt noch nicht gibt. Und die wiederum haben dann ja auch Bäume und Gras. Unsere Scherze, weißt du? Hm. So. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen sehr tief. Wolltest du die Brücke aus Stein oder Bruchstein machen? Hm, so wohl als auch, hätte ich jetzt gesagt. Wolltest du dann hier so die Brücke drüber geht. Mhm. Und dann hier halt so ein bisschen der Berg sich so rumfranselt, ne? Das ist dann hier so ein bisschen hügelig, so, ne? Nochmal ein bisschen Berg, ruhig auch ein bisschen höher, was dann hier so in dieser Richtung so Ausläufe hat und dann hier so zumacht, weißt du? Mhm. So ungefähr, äh, habe ich mir das vorgestellt. Sieht jetzt sehr wohl abenteuerlich aus, aber... Ist die Frage. Willst du sagen, äh, wie soll ich sagen? Also, hier den Weg aus Stein machen, dann die Ränder aus Bruchstein, oder? Ich weiß tatsächlich noch nicht, woraus ich das machen will. Ich weiß nur, dass die Brücke auf jeden Fall auch diesen Mauerstein haben soll. Weißt du, dieser... Ja, Stein. Wenn du Cleanstone nochmal irgendwie zusammencraftest, das, was dann da rauskommt, diesen Mauerstein. Ziegelstein. Nicht Ziegelstein, das ist der rote, den du aus Ton herstellst. Ich will diesen Mauerstein haben. Ach, das ist also komplizierig. Ich weiß gar nicht, der irgendwo uns schon verlegt ist, der... Du meinst Steinziegel. Genau. Ist genauso wie Ziegelstein, nur andersherum. Nein, aber Ziegelstein... Was ist die Logik dahinter? Ziegelstein wird ja aus Ton gebrannt und Mauer, also dieser... Aber es ist dennoch das, die gleiche Bedeutung, nur anders geschrieben. Also bitte. Ja, aber es ist ja auch ein anderes Produkt hier am Ende, ne? Willst du bemoosten, Bruchstein? Kann man dann nachher noch einzeln da reinfluppen, also dass das dann so ein bisschen hat. Also nein, okay. Doch. Das kann man nachher so einzelne Blöcke austauschen, dass das so ein bisschen verwittert aussieht, weißt du? Du bist auch so verwitwet. Nicht verwitwet, verwittert. Das nennt man so, wenn das so alt aussieht und so grün und grummelt. Verwitwet. Ja, damit ich verwitwere, müsstest du jetzt abkratzen. Dafür müssten wir erst verheiratet sein. Vorher müssten wir noch heiraten. Lass mich mal in das ausreden, ja. Ich weiß, wie das bringt so ein Yard. Ich hasse, weil ich eins geht, was ich hasse, das ist Terraforming, ne? Also ohne, sorry, das ist das, was ich hier gerade mache. So Bäume und Berge bauen. Ohne so richtig krasse Tools, die einem dann so drei Milliarden Blöcke auf einmal setzen, ist das ekelhaft. Ich weiß nicht, ob die noch ein bisschen höher sind. Ne, Moment, das ist jetzt noch nicht so ganz richtig hier, ne? Also das muss noch ein bisschen weiter gehen. Ich habe den Weg ja noch ein bisschen verlegt, ne? Also das muss noch ein bisschen länger geradeaus gehen, meine ich, weißt du? Ja, knurr mich an. Ne, aber ich glaube, so reicht das jetzt, so reicht das jetzt. Und von hier aus kann man dann halt hier so runtergehen. Ich glaube, wir haben gerade Tonprobleme. Äh, hier, Regie, können wir mal kurz... Nein, es gibt keine. Keine Regie? Nein. Bin ich so arm, dass ich keine Regie habe? Ja. Oh. Das ist nicht gut. Ich hätte gerne Regie, ich möchte mich wichtig fühlen. Ach ja, wo ich gerade dabei bin, möchte mir jemand zufälligerweise so ein Stream Deck kaufen? Ich habe kein Geld dafür. Hätte aber gerne eins. Gebt ihm Geld. Ja, genau. Gebt mir Geld. Du hast es ja fast. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Gebt mir Geld. Ja, was? Nix. Das ist genau das, was ich an der Botschaft transportieren wollte. Gebt mir Geld. Das ist genau die Message. Ich weiß. Sehr gut. So, ähm. Gut, das sind die Bergeister, das ist alles noch ein bisschen... Ich weiß nicht. Sieht alles noch sehr statisch hier aus. Von da so ein bisschen dann so rumklamüsert werden, aber... Ich glaube, so vom... Allgemein ist das Song jetzt klar, was das hier formtechnisch so hinführen soll, ne? Ne? Hä? Nein. Was? Mein Ziegel wurde gefressen. Er ist einfach weg. Von wem wurde er gefressen? Von dem Server. Ich glaube, Gomme frisst keine Ziegelsteine. Ich glaube schon. Ich habe einen abgebaut, aber erst die aufgetaucht. Vielleicht ist er weggeleckt oder in dem Moment wurde die Welt gekleert und die Alten wurden gelöscht, weil das machen die ja irgendwie alle paar... Ich habe es gerade eben gemacht. Da war noch alles da. Du brauchst mich jetzt hier nicht verarschen. Ich verarsche dich nicht. Ich erzähle nur, was sein könnte. Welche Möglichkeiten bestünden. Okay, jetzt guck. Okay, soviel zum Thema Bogenbrücke. Jetzt habe ich es gerade so gebaut, dass da kein Bogen mehr entsteht. Hehe, super. Haha. Top. Warum sind hier mal so viele Löcher im Boden? Kannst du das mal bitte abbauen? Wird. Das hier auf der Seite. Was denn? Was davon? Das, das Koppelteil, danke. Alter, wir müssen übrigens in der Mitte nochmal ein bisschen höher gehen, weil ich glaube, das ist so... Nicht so Bogenmäßig. Flach. Genau, das ist nicht so Bogenmäßig, Brücke. Flach. Mal gucken, hier sind eins, zwei bis zum Weg. Eins, zwei. Das heißt, da kommt hier der Nächste schon hin. Ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin ja so ein Fanatiker für Symmetrie. Wenn es nicht symmetrisch ist, dann ist eklig. Und das ist gerade auf dem Weg. Dahin, das nicht zu werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sieht noch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß noch nicht, warum. Irgendwas habe ich gerade eben falsch in meinem Kopf gehabt, oder? Ich habe falsch hier die Umrüse gezogen. Und aus die Falsche, die das Manche eingestellt. Das kann auch sein, aber weiß ich nicht. Oha! Ja, Spaß. Gemein. Ich weiß, bin ich immer. Ich weiß. Jetzt haben wir ein Dach. Ja, warte, ich arbeite noch dran. Du sollst auch noch eine Lücke machen, wenn ich die Treppen da stufen gesetzt habe. Versuch das mal mit Slabs. Mach das doch mal mit Slabs. Weißt du? Warte, los. Mach mal deine Lücke drin. Ich soll dir das Dach eine Lücke machen? Okay, das Dach hat eine Lücke. Das sieht sehr massiv aus. Du schlägst dich übrigens gerade mit deiner Axt auf Stein. Das lässt dir bewusst, ne? Ja. Gut. Ich wollte nur sicher gehen. Ich habe aber keine Art auf Steinachst. Die Spitzhacke liegen ganz viele in unserer Kiste irgendwo. Sieht das akzeptabel aus? Ich warte. Ich muss mal kurz jetzt hier ein bisschen Sand verlegen. Sieht zwar immer noch wie ein Dach aus, aber... Sorry, jetzt habe ich hier zu wenig Sand. Super. Weil Sand ja auch sich nicht so stacken lässt, wie so eine Treppenstufe. Äh. Der ist ja doof. Na, egal. Ähm. Also ja, ist ja schon mehr Bogen, aber er ist immer noch irgendwie so ein Haus. Bring mal bitte... Mach's besser. Ich überlege, ob ich das überhaupt hinkriege, bevor ich jetzt große Reden schwinge. Haben wir noch Slaps oder so? Was ist das? Die ganz flachen. Also die halb hohen Stufen, meine ich. Es gibt da... Äh. Die Blöcke. Ich glaube, davon haben wir keine. Dann mache ich mal schnell, weil es gibt halt diese Blöcke, es gibt die Treppenstufen, die fertigen und es gibt diese Slaps. Warte, ich mache auch welche. Ich habe schon welche. Ich habe dir jetzt auch welche gemacht. Nimm sie jetzt. Wir brauchen sie noch für andere Sachen. Komm her. Ja, bring sie sie über. Komm her. Bring sie Rubber. Ich kotze sie jetzt vor dir. So wie immer? Ja. Los, komm. Blö. Sieht man eigentlich, dass mein Skin sich verändert hat? Fällt dir da was auf? Sieht man das überhaupt? Minimal, ne? Was soll sich verändert haben? Ich habe dem so ein bisschen, ich habe letztens so ein Video gemacht, so von wegen 3D-Skins, wie man da so seinen Skill in Minecraft 3D-mäßig macht. Und ich habe so ein bisschen rumgefummelt, meine Schuhe müssten jetzt so ein bisschen hervorstehen. Diese komischen weißen Bänder an meiner Hose und meine Jacke müsste so ein bisschen plusdriger sein. Also deine geile Schuhe sind immer noch flach. Nein, da muss man da genau reingucken. Da muss man genau reingucken. Da sind kleine, die Bänder, da ist immer so ein bisschen Abstand zwischen. Die stehen so ein bisschen ab. Nein. Okay, dann sieht man das nicht. Bei mir nicht. Ja, keine Ahnung. Es ist minimal. Ich habe mal so ein bisschen rumgespielt, weil ich dachte, so sieht es vielleicht lustig aus. Aber ich habe irgendwie halt nicht bedacht, dass ich dann ja auch unten unter die Jacke ändern müsste, damit es auffällt. Ja, das ist natürlich dumm, weil das nicht kam, so wie ich das mache. Das ist gleich hoch, ja, ne? Ja. Okay. Das heißt, dann ist der erste ein Swap, dann so. Dann Swap, Swap, Swap und Swap, 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 Swap. Das ist jetzt auch noch nicht so die Runde, habe ich das Gefühl, ne? Es ist eher die Flache. Aber man kann das jetzt hier noch immer so ein bisschen an beiden Seiten ausstaffieren, weißt du? Und dann hier noch so eine Art Rand dran bauen, der dann wiederum... Ich möchte was ausprobieren, ich komme gleich. Machst du lange weiter, wie du denkst. Ich überlege noch, wie ich denke. Ich glaube, das, was ich denke, ist falsch. Ich habe keinen Plan, weißt du? Deswegen hatte ich auf meinem Server damals noch Leute, die für mich sowas gemacht haben, weil ich das nicht kann. So ein Brücken bauen oder so ein Scheiß. Geht gar nicht. Kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin. Bin ich zu unfähig für sowas hier. Geht gar nicht. Ich bin für allgemein bei Bauen unfähig, also. Komm, ich muss meine Rüste mal wieder anziehen. Da habe ich noch irgendwo hier ein Crafting Table. Was sind denn jetzt die ganzen Slabs hin? Ich habe so viel gemacht, aber da habe ich bei mir die wieder falsch gecraftet. Ich habe das nicht, das sind zwei Stacks Slabs, man braucht hier. Nein, ich habe schon wieder verkackt. Wieso? Mach, baue das bitte mal für mich ab. Nein, nicht alles. Ach so, sag das doch. Kann ich ja nicht riechen, dass man da sonst alles abbauen soll. Oh, das... Ja, okay, das klappt nicht. Sorry. Bau das bitte ab jetzt nochmal. Ich überlege halt jetzt gerade noch, ob man das so macht, wie ich das jetzt gerade angefangen habe, oder ob man es anders macht. Weil das ist halt mit diesem... Immer so ein bisschen doof mit dieser Brücke, weißt du? Mal sieht es gut aus, mal sieht es richtig dumm aus. Bei diesen blöden Blöcken da. Ich bin aber auch gerade richtig uneigen. Weißt du, sowas habe ich halt noch nicht so oft gebaut, so Ritter, Burgen oder Blöcke so generell, ne? Ich muss mir eigentlich vorstellen, weißt du, ich war schon mal Admin auf einem... Ja, wir spielen mal so ein bisschen Ritter und bauen so ein paar Burgen zusammen im Server und habe keinen Plan von Burgen gehabt. Ernsthaft? Ja, damals in der Realschule waren ein paar Leute und meinten so, ja, du bist doch so ein Experte für Server. Ja, klar doch. Ja, aber es ist schon mal Lust, uns das zusammen zu machen und so, wir wollen also Ritter, Burgen spielen. So, ich so, ja, warum nicht? Ne, zack, zack, alles eingestellt. So, ja, bauen jetzt mal ein paar Burgen. Ähm, ich auch? Ja, klar. Ups, das habt ihr mir aber nicht gesagt. Weil Ritter, Burgen waren das, was in meinen privaten Bauwelten nie fertig wurden. Die sind heute noch. Weil du dich konntest. Ich habe auch irgendwann einfach aufgegeben. Hm. Ich glaube, dass die Burste klappt nicht hier. Ich habe es, glaube ich, gerade auf irgendwie auf ein Level gebracht, wo es dann doch wieder eigentlich ganz in Ordnung aussieht hier. Okay, du musst die Burstensteinchen da einfach hier wegmachen, bitte. Wieso ist denn da jetzt ein Stein weniger? Hä? Ich habe dich was drum gebeten. Ja, 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 ich komme sofort. Hä? Ist das blind? Ach, nee, das war richtig. Hahaha. Danke. Bitte schon. Das sieht nämlich so scheiße aus. DJ kann man verwerfen. Ich überlege, warum man jetzt noch welche dran bauen müsste, damit die Brücke so ein bisschen stabiler wirkt. Immer so ein paar. Das ist das Geheimnis bei diesen, wenn du mit sowas baust. Dass du immer an irgendwelchen Stellen immer wieder so ein bisschen was dran heimern musst, dass es dann irgendwann gut aussieht. Echt? Ja, tatsächlich schon. Du musst da experimentieren und so lange Klötze dran schmeißen, bis es gut aussieht. Ich glaube, das ist das Geheimnis, was man bei diesen Burgen mal hat. Oder was ich da nicht verstehe. Hm. Siehste? Jetzt ist, weißt du, überall ein bisschen was dran geschoben und schon passt es irgendwie. Dann wird halt hier oben so noch so ein bisschen, so auch noch so eine Wand gemauzt, so ein bisschen außenrum. So frosty, frosty Mauer, ne? Und hier kommt dann so ein bisschen Waldfahrt und halt dieser japanische Garten hin. Aber, das kommt nicht heute, das machen wir in die nächste Folge, weil wir haben ja unsere 15 Minuten wieder voll. Wir sind schon wieder bei 16 irgendwas. Deswegen, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.